Was geht ab Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und es ist soweit. Fortnite Albträume ist endlich im Spiel drin, denn heute haben wir das neue Update bekommen und das wollen wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Verdiene Belohnungen, indem du Fortnite Albträume Herausforderungen abschließt und die wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Hier, wir haben hier ein Botikon bekommen, Bobo sieht alles, keine Ahnung warum er das nicht anzeigt, aber wir haben es auf jeden Fall bekommen und das nehmen wir dann natürlich auch an. Wir sehen schon im Hintergrund hier, das sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Das neue Event oder das neue Theme, sag ich mal, das neue Design, sehr cool gemacht. Wir gucken natürlich nochmal kurz in den Itemshop, ob wir da etwas Neues bekommen haben und wir haben den Party Trooper bekommen. Ja, nicht den Skull Trooper, nicht die Ghoul Trooperin, sondern den Party Trooper und den könnt ihr euch für 1200 V-Bucks heute im Itemshop kaufen. Gehe am 31. Oktober oder am 1. November zur Afterlife Party und schalte damit den exklusiven J Balvin Stil für Party Trooper frei. Sehr cool. Dann müssen wir nochmal schauen, ob wir das auch gemeinsam dann machen. Wir haben ja noch 10 Tage bis dahin. 1200 V-Bucks, wie gesagt, wenn ihr euch die kaufen möchtet, mit dem Creator Code Matter-8 natürlich auch im Gegensatzshop eingeben, um mich zu unterstützen. Aber wir wollen natürlich nochmal ein bisschen weiter gucken. Hier ist nichts Neues gekommen. Hier rechts auch nichts, immer noch die gleichen Skins und so weiter. Aber was wir bekommen haben, sind einige Herausforderungen. Ja, wir haben neue Herausforderungen bekommen, die wollen wir uns natürlich angucken. Und hier steht es auch schon. Fortnite Albträume, Schatten werden, das sollen wir dreimal machen. Wir sollen dreimal zum Schatten werden. Gute Frage oder gut zu wissen. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber das werden wir auch nochmal herausfinden. Lege 100 Meter auf einem Hexenbesen zurück. Auch eine sehr, sehr nice Herausforderung und eine sehr witzige Herausforderung. Und ist Süßigkeiten. 25 Mal die Belohnung ist Midas Schatten. Sehr cool. Könnt ihr ebenfalls nochmal machen. Wir haben hier wirklich noch einige Herausforderungen. Also nicht nur die drei, sondern danach kommen auch noch weitere Herausforderungen. Und die werde ich euch dann auch nochmal auf diesem Kanal natürlich auch vorstellen. Da könnt ihr jetzt schon mal ein Abo dalassen, auch die Glocke aktivieren und den Creator-Code natürlich eingeben. Wir haben einen separaten Spielmodus oder zumindest heißt der jetzt anders. Und zwar Fortnite Albträume in Solo, Duo und Teams. Das sind die ganz normalen Battle Royale Modis. Nur jetzt im Albträume Modus oder zumindest im Albträume Design. Das war es dann von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like. Dann hat ja auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Ich werde euch die nächsten Tage nochmal zeigen, wie man die nächsten oder die restlichen Herausforderungen freischaltet. Ich hoffe, ihr seid dann noch am Start. Wir sehen uns dann. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss und tschüss und tschüss.